Ich war nicht ganz so überzeugt, dass ich da hergekommen werde, weil es gestern ein wenig länger geworden ist, aber haben mich dann überzeugen gelassen und ich muss sagen, das taugt mir eigentlich schon gescheit. Was taugt ihr denn da so, weil einfach viele Leute sind oder was taugt ihr da so? Ja, also wir waren zuerst dort in der Seilbahn, dann waren wir ganz hinten in der Seilbahn, dann waren wir nur bei der Faibe und jetzt sind wir da und haben uns da noch ein Seil gekauft, das taugt mir eigentlich, muss ich sagen. Gibt es da noch was anderes auch, als wie Seilen? Ja, wir haben uns dort vorne ein halbes Jahr gekauft zuerst.